Es ist nur für dich, wenn du am Boden liegst, breitst deine Flügel, ich will sehen, wie du nach oben liegst. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, doch starke Mädchen weinen nicht. Herzlich willkommen bei Rebel-Büte, für mich und für euch meine Damen und Herren. Heute schauen wir von der netten jungen Dame SKA 510 den zweiten Song an, den ich jetzt so gesehen habe. Guck nicht, letztes Mal haben wir ja die Saison Nutte, Nutte oder Nutten, ich glaube Nutten angehört. Sehr unterhaltsam, sehr unterhaltsam. Sie hätten mir auch einen netten Kommentar unter dieses nette Video geschrieben. So, ich bin mal gespannt, was mich erwartet. Das Ding hat schon 137.000 Aufrufe. Likes-Dislikes-Verhältnis, relativ nice. Ich bin mal gespannt, was mich erwartet. Beziehungsweise, was es gehen wird. Ich habe so eine leite Verahnung wegen Guck nicht, ob es wieder in die sexuelle Schiene geht, beziehungsweise mal gucken. Hier wurde es nochmal angezeigt. Geil. Schau mich an, mach mir viele Komplimente, will an mich ran, typisch Mann. Warum geht es um meine Argumente, meinst du diese oder diese? Ich weiß, ich habe es gewusst. Es gibt die äußerlichen Reize einer jungen Dame. Deswegen guck nicht. Ah, okay. Eine Frau, die sich für dieses Frauenrecht stark macht. Zurück zum Thema. Ich habe in dem Nutten-Video gesagt, das ist ja David. Der hier. Der hat, der war bei Big Brother mit Cosimo in der Staffel, war der drin. Und ich glaube, der hat irgendwo noch geschauspielert, glaube ich. Aber wo jetzt direkt, weiß ich nicht, aber der war ein Big Brother mit Cosimo. Die waren Best Buddies in der Staffel. Das nochmal zu sagen. Gut, ich glaube, das ist französisch, oder? Glaube ich. Au revoir. Ja, ich glaube, das ist französisch. Gut, da kann ich natürlich jetzt nicht mehr nicht reden. Ich kann nur auf die deutschen Lyrics achten. Aber ich bin mal gespannt. Vielleicht kann man da mal so ein... Oh, das ist die Bridge. Mal gucken. ... ... ... ok ich kann ich weiß leider nicht was das jetzt kann er sehen dass das das guckt nicht also guckt nicht heißt ich habe keine ahnung aber muss wirklich sagen die haben sich echt mühe gegeben mit dem video diesmal ist es diesmal ist es echt professionell als das andere video muss man muss man einfach zugestehen abwechslungsgeboren vom video von der von der gesangs performance der jungen dame ja das bin ich auch ohne dich dieser körper kurv ich mein na guck mich tasche voll mit kokain groupies wollen ziehen im vip hat so viel geld denkt er sein frauen hält doch uns kriegt er erstens dein ganzes geld macht dich nicht geiler zweitens damit bekommst du keine chai ja ich werde das in dem song auch diese diese aufzählung das macht ihr in dem song auch das heißt bei den noten video auch gemacht also bei den noten song auch gemacht herrlich na vielleicht wird das so ein so ein stilmittel wenn ihr mal gucken keine chai ja ich bin nicht was du im blick hast für dich bin ich im endeffekt ne bitch wie du gefickst hast ich bin ich nicht schlecht muss man sagen ich bin ich bin ich bin ja ich bin ja ein richtiger gönner ich bin ja supportatze so ich bin mal gespannt was dann was noch kommen wird ich glaube die haut noch ein bisschen was raus ich bin mal gespannt ich brauch dich nicht mann du denkst nur mit dem schwanz ich bin besser ohne dich dran egal we talk man kennt ja auch so ein geiles sie von aggutig scheiß drauf vielleicht holt ich auch noch mal so eine ballade raus das wäre auch interessant so richtig so ein bisschen so raus kitzeln das talent was da ist so von vom stimmenvolumen her das wäre vielleicht auch interessant ob sie die kopfstimme singen kann ob sie die niedrigen töne kann egal was du alles kannst ich lasse dich nicht rein bin ich irgendeine bitch man erstens go work work damit du Geld hast zweitens ruck 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 wenn du scam machst lass dich dich verführen kleiner im endeffekt von typen immer zwischen deine beine es ist gut schon der barbe um tequila aus dem haus und am brand new bugatti Anything good crack Sign down autumn n wie 없다 denn gentleman die haben sich mühgegeben bei dem video leck mich aber schaufen vier verschiedene locations dann requisiten darsteller alles schön in szene gesetzt verschiedene kostüme auch noch es ist nicht ich kann es hinbelle aufzählen dass die ihre ist das die perfekte frau ist ja 90 60 90 das hat ja noch ein begriff aber mir fällt gerade spontan kann es denn dass sie das damit mit mit den drei zahlen wo ihr sagt das bin ich diese endpose soll natürlich dass das arrogante das selbstbewusste zeigen auf die aber die junge damit extrem wie der joker zu den besten sagen herrlich so was haben wir hier also noch mal die die credits ich sage es ist ein gutes video wurden man sieht man wie viele leute mitgearbeitet ja der hier die städte der david ich glaube ich mache das endbild so also was haben wir so die aussage sind wir doch quasi dasselbe wie beim ersten song frauen sollte nicht verarschen lassen so den frauen soll nicht auf den ersten besten mann reinfallen frauen sind selbstbewusst mit ihrem körper umgehen et cetera also ungefähr von der themen vielfalt ist immer dasselbe wieder beim ersten track nur ein bisschen anders verpackt das video ist aber besser der ich finde den song komplett also komplett besser umgesetzt auch ich kann echt nicht merken ich bin halt wie gesagt ich bin vielleicht mal so eine ballade kommt um den ich immer das stimmt ich glaube sie hat noch nicht das konnte potenzial was sie eigentlich hat noch nicht so richtig genutzt wer ich bin echt gespannt was noch kommt kommen also ihr könnt ihr gerne mal die kommentare packen wie ihr es findet et cetera der so hat mir natürlich extrem besser gefallen war so mehr so catchy so natürlich die ganzen anderssprachischen song passagen hat natürlich jetzt nicht irgendwie dazu was irgendwas sagen vom text her will ich es einfach nicht verstehe ich bin leider der deutschen sprache mächtig deswegen aber echt gute arbeit like ist da so und ich habe mir das weiter im auge behalten wie sagt in die infobox könnt ihr gerne alles packen was ihr gerne möchtet den kanal findet ihr natürlich oben in der infobox den song findet ihr natürlich oben in der infobox in dem sinne finde ich einen schönen tag haut rein und macht natürlich irgendwas sinnvolles